Frank Wedekind, Frühlingserwachen Personenkonstellation Kannst du mit deinen Eltern über alles reden, was dich beschäftigt? Und geben sie dir Antworten auf deine Fragen? Wenn ja, dann geht es dir anders als den Jugendlichen in Frühlingserwachen. Sie sind mit ihren Fragen allein. Und die Erwachsenen haben keine Ahnung, was die Jugendlichen wirklich beschäftigt. Schauen wir uns zuerst die Jugendlichen an. Da ist Moritz Stiefel. Er hat Mühe, in der Schule mitzukommen, obwohl er sehr viel lernt. Er fürchtet sich davor, nicht versetzt zu werden. Sitzen zu bleiben oder von der Schule zu fliegen, wäre eine große... Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com